Relevante Themen verdienen, dass wir über sie sprechen. Aber uns ist nicht nur wichtig, worüber wir sprechen, sondern auch, wie wir darüber sprechen. Einfach. Sodass es alle verstehen. Und live. Sodass alle mitreden können. Und auch sollen. Mit dem Ziel, dass wir uns danach ein bisschen besser zurechtfinden. In einer Welt, die immer komplizierter wird. Die Sendung heißt wie wir, aber sie lebt von ihm. Zerwakis und Obtenhöfel. Live. Immer montags, 20.15 Uhr. Pro 7. Pro 8.